So, jetzt Leute, jetzt geht's weiter mit The Cave! Ich hab hier einen Schnitt gemacht... ...und... ...ja... ...echt lange bin ich... ...spielfern... ...aber jetzt geht's weiter... ...und... ...und... ...ja... ...und... ...und... ...duh... ...und... ...so... ...meine Mikrofon... ...mach ich... ...mein bisschen besser... ...Hörflamme... ...die haben... ...Mie... ...Dynamid... ...oh... ...okay... ... ...ehm... ...so... ... Buoss... D toda dada dada D Overduck Woos... Also irgendwie ist das Spiel bei mir ziemlich laut gerade. Ich weiss nicht warum. Ich hatte gerade... iTunes, Einstellungen, Digital Audio... So. So. Jetzt wollen wir mal gucken, wo es hier lang geht. Mal los, ich bin auch in einer Party! Da ist sie, die fantastische, zwei-legged Frau. Sie wissen, die Hillbilly trägt eine Torch für sie. Ah, wenn sie nur endlich erinnern würde. Sie könnten heiraten und leben glücklich mit einem Haus voll von Little Bill Hillies. Das ist vorbei. Okay, okay, okay. Die unglaubliche zweibeinige Frau. So. So. Okay. Also. Tussi möchte Bär. Wir müssen Bär besauen. Ticket einlösen. Okay, wir haben keine Tickets. Da müssen wir uns noch ein paar Tickets besorgen. Ha. So. Schnell geht das. Ah. Okay. Noch vier bleiben. Da wollen wir mal gucken. Ach, die kommt auch nochmal hin. Ah, das ist aber so wahr. Äh, da war aber halt der. Hau den Lukas! Äh, ja, ne, dann haben wir wieder hier. Kleines Hämmerchen hier. Äh, taucht. Weg. Okay. Dann werden wir erstmal hier hochklettern. Zack. Also ich bin jetzt ein bisschen eingerostet. Äh, ich weiß nicht ganz genau. Get up and have your weight guessed. If I'm wrong, you get a ticket redeemable for a prize you desire the most. These eyes have never failed me. Step on the... You weigh... Two hundred. Twenty. Nine. Right again. You lose. Your weight is exactly... Two hundred. Twenty. Nine. Right again. You lose. Okay. Step right up and have your weight guessed. Come on, what are you afraid of? Ich glaube, ich hab da irgendwie das Gefühl, dass der... Unglücksrad... Äh, das hört sich ja alles hier so ein bisschen... Auf von der Musik her. Hört sich das ja alles ein bisschen nah an, ob das hier ein Irrenhaus ist. Wie bei dem König. Ah, guck mal da drüben. Das ist doch mal ein richtiger Hammer. Den glaub ich brauchen wir auch wieder... den Hau den Lukas. Eine Sicherung, die wieder... mit dem Wasser nach vorne. Okay... Ah! Ah! Generator. Oh, gross. En har Parcappates. Lalalalalalala. Was ist das? Ach, da ist es. Red. Und jetzt stelle ich auf. Rot und jetzt kommt Blue. Oder Green. Ja, ja, ja. Noch mal, dann kommt jetzt gleiche. Das ist ja alles hier. Nein, das kann man ja passen. Was ist das, wenn ich denn stelle? Ja, okay, das geht nicht. Ja, okay, das geht aber nicht. Ja, okay, das geht aber nicht. Ich schloss hier wieder. Schlau wieder hier. Geht's auch hoch. Die Goobies, lass mich mal vorbei hier zum Hammer. Okay. Dann wollen wir weiter. Ein Riesenrad. Und Pokémon. Und Huttl. Oh, hier ist auch so eine, so ein Sicherungskasten. Wo ist ja die Sicherung? Magnifico the Magnificent will now dazzle your mind with the most amazing disappearing act ever performed. Pay close attention to the cupcake on the pedestal. By the dark powers invested in me, by the county of Rutherford, and the surrounding unincorporated areas, I pronounce you... DISAPPEARED! Oh, oh what? Oh! The facts by popular demand, Magnifico the Magnificent will perform an encore of his world-renowned disappearing act. Christo Magnifico! Thank you! Thank you! Please hold your applause. Wenn ich einfach mal hier den Kuch bitte, kann ich den irgendwie? Ich teste es einfach mal. Okay, Kuch. Kuch geht nicht. Ha, mir fällt gerade was ein. Da oben gab es doch die Hand. Kann man die Handel denn auch? Kleiner und sich mal machen. Nee, heute doch. Ja, wenn ich das mal hingehen kann, dann wird das gar nicht gehen. Damit kann ich den Typ veräppeln. Damit kann ich den Typ veräppeln. Ja, jetzt kann ich den Typ veräppeln. Hey, das ist nicht möglich. Ich denke immer richtig. Dieses Carnival-Game ist jetzt geschlossen. Wir haben jetzt den Typ veräppeln mit unserem Typ veräppeln. Ja. 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 Ja, ja. Ja. Ja! Drei... Ach! Was ist denn hier? Aha! Das Wasser... ...und der Hillbilly kann doch schwimmen. Echt? Hier? So? Ah, das ist... ...dass wir so unter Wasser schwimmen hier... ...die engen Gängen zwischen dem Felsen... ...das erinnert mich total an Echo the Dolphin. Okay... Was gibt's hier? Okay... Oh... Knoddel... Kling... Mach mal Foto... Hier, änderts... Ich glaub hier brauch ich irgendeinen Schlüssel... Lalalalalalalala... ...dicke Kanone... Hhh... Blur... Uh, hab ich irgendwo drauf gerückt? Ah, guck mal hier! Der hat doch so'n Schlüssel! Das werden wir nachher machen... Ah, das hab ich mit dem Rad... ...hab ich hier... Ah ok, das ist mit dem Rad. Das ist mein Fehler! Digit! Noch zwei! Was fehlt denn jetzt noch? Irgendwas mit dem Sicherungskasten? Was noch? Und hau den Lukas! Ähm... Wo geht's jetzt noch mal hier lang? So, schon falsch... Ah doch, ne! Ähm... Okay... Kann man da vielleicht hoch? Kann man da vielleicht hoch? Ja... Ups... Sicherungskasten nicht auf dem Kasten... Ähm... Guck den hinter dem Typen hier unten an, ne? Sag mir! Ja... Wenn ich bald irgendwann mal wieder... Dicke Zähne hau... Äh... Äh... ... Vergangenheit gegen Wahr, Zukunft... Aber das ist ja nur... Ähm... Kann man in der Hände noch reinsetzen... Gab's da noch irgendwo was? Was? Ah, cool! Uh... Guck doch noch mal schön... Pfff... Pfff... Ey, die Koopies! Guck... Der Hammer ist frei! He... 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 Ja... Jetzt ab zum Haul in Ucas! Äh... Guck der aber hier oben, ne? Zack! Ne, es ist Glücksrad... Unglücksrad... Ich weiß auch nicht... Ich weiß auch nicht! Und hier ist's doch... Bäääeääähm! Aaaaahhh... Aaaaahhh... Ne, Bildung macht alles alleine, heute... Was fehlt mir denn noch? Was fehlt mir denn noch? ich bin die Schraubenschlüsse vergessen wo geht das nochmal lang ach ja, das war das Wasser hier unten, oder? hier unten ok wollen wir mal? äh, Zwillinge? drücken Sie please das war ja jetzt nicht weit, ich glaub das kann er muss hier die Hillbilly machen, der kann ja unter Wasser schwimmen mit seiner tollen Fähigkeit blub 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 und Auto-Half gibt's auch wieder. Darf ich jetzt damit bewirkt? Hier oben ist sie. So, so. Die Figuren von Anfang an. Dann hab ich die... Zweibeinige Tante. Hier. Ich hab' ja sag' ich bin schon wieder verdrückt. Klopf, 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 klopf. Brauchtest Werkzeug noch? Aber... Einer fehlt mir noch. Ah ja, dieses blöde Rad. Mach' ich das denn? Ne. Hm-mm. Hm. Zum Unglücksrad... Eises... Wie sollt' das denn gehen? Gets' die Farbe und gewinne ein Ticket! Das sind nur drei Farbe. Es ist praktisch eine Wunschwung. Was muss man denn hier machen? Oh Gott. Vielleicht mit dem zweiten Spieler? Gleichzeitig drücken und drehen oder so. Das einzige was mir jetzt einfällt. Gets the color chosen by 100% random means and win the ticket. And blue. Better luck next time. Das muss man denn jetzt abmachen? Gute Frage. Nächste Frage. Tja. Da gab es noch diesen einen Xaver Dingsbums der irgendwie in die Zukunft liest. Aber er hat auch nur irgendeinen Stoß erzählt. Guck. 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 Geh ich aber mit dem Hillbilly hin. Guck. 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 Was war denn? Aber die sich auch nicht bei den Groupies. Die Groupies waren wo? Hier unten? Nö. Hm. Jetzt bin ich jetzt gerade mal wieder überfragt. Das ist aber immer irgendein Rätsel, wo ich nicht weiterkomme. Wie kann man denn denn? Den Typen mit dem Rad... ...austricksen?